Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen die Möglichkeit zeigen, wie Sie einen Web-Server installieren können. Haben wir natürlich grundsätzlich schon in einem anderen Video auf sempervideo.de gezeigt. Hier allerdings einen Web-Server, der als Standalone oder als portable Applikation daherkommt. Das heißt, wir könnten diesen Web-Server nicht nur auf die Schnelle installieren und kostenlos nutzen, sondern wir könnten ihn auch noch auf unseren USB-Stick schieben. Zum Beispiel, um dann die Möglichkeit zu haben, wenn die Hardware ausfällt, einfach den Stick abziehen, einen anderen Windows-Rechner, in diesem Fall starten, Stick einstecken, starten und schon ist unser Web-Server wieder online. Wir starten unseren Firefox und surfen zu http.doppelslash.wbw.aprellium.com Klicken wir drauf, kriegen wir hier den ABYS Web-Server 2.6 angeboten für so ziemlich jedes Betriebssystem, das es gibt. Auf jeden Fall für Windows, Macintosh und auch für Linux. So, ich klicke mal auf die Windows-Fahne. Da haben wir hier zwei Möglichkeiten. Einmal die Version X1 und X2. Die Version X2 hat noch einige Features mehr. Kostet allerdings 60 Euro. Ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich viel. Allerdings, für die von mir gerade skizzierten Zwecke funktioniert die Version X1 ebenfalls. Hier steht genau erklärt, was es genau kann. Sie kann alles und sie ist nicht zeitlich oder anders irgendwie limitiert, abgesehen von eben einigen Features, die die X2-Version mehr hat. Wir klicken hier auf den Free Download-Button. Suchen uns unser Betriebssystem raus. Ich bleibe hier bei Windows. Download now. Speichern. Öffnen. Einfach durchklicken, die Installation. Wir können auch ruhig das vorgeschlagene Verzeichnis nehmen. Wir könnten hier allerdings auch schon direkt unseren Stick anwählen. Install. So, nach der erfolgreichen Installation werden wir gefragt, ob wir den Server denn direkt starten wollen. Klicke ich jetzt mal hier drauf. So. Konfigurationsdatei wurde erstellt. Jetzt zuerst die Sprache anwählen. Englisch und Französisch. In der Mitte, das kann ich nicht lesen. Gut, Französisch kann ich auch nicht verstehen. Aber Englisch. Also ein Passwort, beziehungsweise den ersten Benutzer. Dann nenne ich einfach mal Semper Video. Okay. So, und schon läuft der Rechner, beziehungsweise der Server, auf dem Port 80. Passwort kann sich der Firefox jetzt hier mal merken. Wenn Sie diesen Web-Server zum ersten Mal installieren, und ich habe ihn hier gerade zum zweiten Mal installiert, beim ersten Mal werden Sie zusätzlich noch gefragt, ob dieser Web-Server grundsätzlich künftig gestartet werden soll, wenn Sie sich einloggen, oder als Service, oder eben gar nicht. Und das ist noch eine relativ wichtige Einstellung. Die können Sie natürlich nachher immer noch verändern. Allerdings, wenn Sie sagen, nein, nein, ich will den hier schon für den Produktivbetrieb benutzen, dann natürlich angeben, dass der als Service immer mit gestartet werden soll. Ansonsten können Sie natürlich sagen, nein, ich brauche ihn nur ab und zu mal zum Beispiel, damit jemand im Netzwerk oder von außen mal gerade eine Datei von meinem Rechner aus runterladen kann. Dann allerdings starte ich den Server von Hand, und wenn derjenige mit seinem Download fertig ist, schalte ich ihn dann auch wieder von Hand aus. Dann brauchen Sie diese Option natürlich entsprechend nicht zu setzen. So, ansonsten funktioniert er natürlich jetzt schon. Wenn Sie ein anderes Video auf SemperVideo.de gesehen haben, werden Sie wissen, dass die einfache Eingabe von Localhost normalerweise in einem Fehler endet, weil eben normalerweise auf Port 80 von meinem Rechner niemand lauscht. Jetzt allerdings lauscht hier unser neu erstellter Abyss-Web-Server. Insofern muss ich jetzt hier irgendeine Art von Antwort bekommen. Klicken wir mal drauf und schon haben wir hier Index Off. Jetzt brauchen wir uns nur noch das entsprechende Dateiverzeichnis zu suchen. Das sollte ja hier irgendwo im Web-Server liegen. Hier ist es HT-Docs. Hier ist nichts drin. Dann werde ich mal auf die Schnelle was hereinkopieren, umbenennen. Index.html, das ist normalerweise immer die Datei, die zuerst angezeigt wird. Wenn sie in einem Verzeichnis gefunden wird, jetzt muss ich mal gerade html html So, das sollte schon reichen. Reload und hier Semper-Video-D. Funktioniert also ganz wunderbar. Gut, die Konfiguration ist natürlich jetzt nicht so einfach wie die Installation. Dadurch, dass dieser Web-Server natürlich eine Menge Features hat, muss man sich auch erstmal durch die Konfiguration kämpfen. Wir haben hier eine Hilfe und Support, ansonsten hilft einem die mitgelieferte Texthilfe. Einfach mal auf den Konfigurations-Button klicken. Da sehen wir schon eine Menge Features, die es gibt. Wir können Benutzergruppen einstellen. Zugriffskontrolle, URL-Rewriting ist auch gut, damit die URLs nicht so kryptisch daherkommen. Dann Bandbreitenbegrenzung, IP-Access-Control, Anti-Leaching ist, sage ich jetzt mal, sehr umfangreich, sehr gut. Vor allen Dingen für den Preis eben 0 Euro. Die meisten User, die allerdings nur eine schnelle Möglichkeit haben, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise eine schnelle Möglichkeit brauchen, ein paar Dateien jemand anderes zur Verfügung zu stellen, die brauchen sich ja gar nicht erst durchzukämpfen. Für die reicht auch die Standardeinstellung. Das sind hier nur die Einstellungen, die wirklich diejenigen brauchen, die das ganze Teil hier wirklich erweitert benutzen wollen. Okay.